Bereits schon diesen Samstag um 15.30 Uhr lauert die Eintracht auf Frankfurt hier bei uns im Olympiastadion und möchte uns natürlich möglichst die drei Punkte klauen. Und bis dahin hat Sandro Schwarz einen Plan entwickelt, wie wir gegen Eintracht Frankfurt drei Punkte für uns gewinnen können. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Heute gehe ich natürlich wieder auf die neuesten Transfernews und News rund um Hertha BSC. Ich würde sagen, wir verdienen keine Zeit und starten sofort rein mit News Nummer 1 und zwar geht es um Paul Keuter. Paul Keuter wird Hertha BSC zum 30.09. dieses Jahre verlassen. Keuter ist ungefähr seit Januar 2016 Mitglied der Geschäftsleitung und ist verantwortlich für, Zitat, CSR, Digital Transformation, Identität und Internationalisierung. Das heißt, er kümmert sich um die Außendarstellung, kann man so ungefähr zusammenfassen, von Hertha BSC. Er leitet Marketingkampagnen und im Grunde genommen muss man eben sagen, ist er mehrmals aufgefallen. Zum einen fiel mir natürlich ein, wie er vor knapp vier Jahren oder was, drei Jahren, ungefähr so 2018 in diesem Bereich, ja, versucht hatte, die Hymne nur nach Hause, die Einlaufhymne durch die Einlaufhymne dickes Beet zu ersetzen. Und dort war natürlich der Aufstrei riesig und viele Zuschauer hatten natürlich auch Keuter rausgerufen. Und deswegen gab es immer mal wieder Diskrepanzen zwischen Fans und Paul Keuter. Aber insgesamt, wenn man die gesamte Phase beachtet, muss man festhalten, dass Paul Keuter wirklich den Verein, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, sehr viel gegeben hat. Man hat es geschafft, einen Ethik-Kodex einzubauen. Man hat es geschafft, dass die Vereine, beziehungsweise dass das Vereinsengagement für die Stadt, für die Vielfalt gegen die Ausgrenzung sehr stark angestiegen ist. Dass Hertha BSC sich in den letzten zwei, drei Jahren innerhalb der Stadt ein Standing aufgebaut hat. Dass es halt eben mehr als nur Fußball ist und das hat eben auch er großerseits angeführt. Und man muss grundsätzlich festhalten, war das ein Engagement von ihm mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Und man kann sich dann trotzdem nach sieben Jahren für sein Engagement bedanken. Und man kann auch einfach festhalten, dass auch ein neuer Wind in dieser Personalie möglicherweise Hertha BSCs Außendarstellung weiterhin verbessern kann. Wie gesagt, es gab einige negative Aspekte bei Paul Keuter eben zu beachten. Vor allem ist auffällig, wie oft unsere Marketingabteilung auch natürlich mit Paul Keuter zusammen in sämtliche Festnäpfchen getreten ist. Dass man auch unter anderem in Sachen Investoren 50 plus 1 sich immer mal wieder einfach falsch geäußert habe. Und man einfach gesehen hat, dass es in der Marketingabteilung grundsätzlich etwas zu sanieren gibt. Ich hoffe, dass das jetzt eingegangen wird und dass wir auch in Zukunft hier weiterhin diesen Weg einnehmen, den wir jetzt momentan wirklich eingenommen haben. Sprechen wir über Thematik Nummer 2 und sprechen wir ganz kurz über Marco Richter. Marco Richter ist wieder dabei und ist jetzt wieder zurück im Mannschaftstraining und könnte möglicherweise schon eine mögliche Personalie für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt sein. Wir wissen ja, Marco Richter wurde vor knapp 2-3 Wochen einen hohen Tumor diagnostiziert. Dann hat er sich eine OP unterzogen und diese OP lief Gott sei Dank erfolgreich. Und jetzt ist Marco Richter wieder fit. Er brauchte keine Chemotherapie und ist jetzt wieder im Mannschaftstraining dabei. Und ich hoffe, dass er Einfluss nehmen kann auf unser Spiel, dass er möglicherweise Dui Lüke Bakio Konkurrenz machen kann und auch wieder als Flügelspieler unser Spiel prägen kann. Denn man muss eben festhalten, letzte Saison war Marco Richter der Spieler mit den zweitmeisten Toren. Und vielleicht könnte er uns auch in dieser Saison sehr gut helfen. Er ist vergangene Saison für rund 7 Millionen Euro vom FC Augsburg zu uns gewechselt. Diesen Wert konnte er leider nie wirklich beweisen, aber vielleicht diese Saison, vielleicht wird er diese Saison explodieren. Aber sprechen wir doch mal direkt über die Startformation, sprechen wir direkt mal über das, was Sandro Schwarz ändern möchte. Denn Sandro Schwarz war überhaupt nicht zufrieden mit der Germany in der Lage, dem 3 zu 1. Und man möchte jetzt ein anderes Auftreten forcieren. Man möchte dazu neue Startelf-Kandidaten schaffen. Und unter anderem wird es drei neue Startelf-Kandidaten für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt geben. So sieht es bisher aus, so hat auch die Bild berichtet. Und zwar soll es eben nun mal so aussehen, dass Wilfried Kanga als neuer Stürmer Davy Selke im System ersetzen sollte. Und dass auch weiterhin sowohl Selke als auch Piontek eher die abgeschriebenen Stürmer sind. Wilfried Kanga kennen wir ja bereits aus Young Boys Bern. Er ist von dort aus zu uns gewechselt für eine Ablösung von 4 Millionen Euro. Und man sucht tatsächlich neben Wilfried Kanga noch einen weiteren Stürmer, so berichtet die Bild. Darauf gehe ich aber nochmal im gleichen in Detail drauf ein. Kanga soll also jetzt unser neuer Stürmer sein, der vor allem gegen die Eintracht angefangen wollte zu stürmen. Wir haben bereits einige Eindrücke von ihm im Unionsspiel sammeln können. Dadurch hat er immerhin 38% des Spiels gespielt. Und er hat dort an sich neuen frischen Wind reingebracht. Davy Selke hat gegen Union Berlin eine halbe Chance kreiert. Das heißt 0,5 Chancen kreierende Aktionen gestaltet. Hingegen Wilfried Kanga in der kurzen Zeit, in der er gespielt hat, direkt Einfluss auf unser Spiel hatte. Und direkt zwei Chancen kreieren konnte. Und mit seiner absoluten Physis und Körperlichkeit überzeugt hat. Er ist 1,89 Meter groß, ist halt eben der physische Mittelstürmer, wie er im Buch steht. Ähnlich wie Jean Cordoba zu bewerten, der übrigens zum 1. FC Köln wechseln könnte. Und man muss grundlegend festhalten, Wilfried Kanga könnte unserem Spiel jetzt tatsächlich in der kommenden Saison, vor allem gegen Eintracht Frankfurt, sehr gut tun. Er ist ein bulliger Stürmer, der vor allem mit Ejocke in der kurzen Phase gegen Eintracht, gegen Union Berlin, wirklich eine gute Resthalbzeit absolviert hat. Er muss sich halt eben in die Leistungen stabilisieren. Er muss weiterhin diesen Weg einschlagen. Er muss vor allem sich an die Bundesliga anpassen. Er hat in der Super League, das heißt in der ersten Schweizer Liga in dieser Saison bereits schon zwei Einsätze gehabt, drei Tore erzielt. Und ich hoffe, dass wir bei uns auch eine ähnliche Torkote einbauen können. Denn wir brauchen einen bulligen Mittelstürmer. Wir brauchen genau diesen Mittelstürmer, den er in der Schweiz dann am Ende auch war. Wir brauchen einen stabilen Mittelstürmer, der halt eben auch für uns ein Tor-Garant sein könnte. Und ich glaube, er könnte in diese Rolle hineinwachsen. Aber wie gesagt, neben Wilfried Kanga sucht man transfertechnisch noch einen Stürmer. Nämlich berichtet die Bild, dass man versucht, sowohl Selke als auch Piontek abzugeben und dann dementsprechend dort sich nochmal zu verstärken. Bei der Bild wurde noch Ajorke genannt, aber ich glaube, Ajorke ist für dieses Transferfenster einfach zu unrealistisch. Denn wir werden kaum noch eine Ablössumme in Speeren von 10 bis 15 Millionen Euro für einen Spieler in die Hand nehmen. Vor allem nicht diesem Transferfenster. Und das heißt, man könnte sich möglicherweise nach anderen Alternativen im Sturm umschauen. Und wie ich finde, würde das ja sogar tatsächlich Sinn machen. Denn Selke und Piontek spielen in den Planungen von Sandro Schwarz nicht mehr die entscheidende Rolle. Piontek versucht man, wie gesagt, abzugeben. Und man versucht dementsprechend Selke auch abzugeben, denn das Gehalt beider liegt einfach zu hoch. Jesse Nankam und Stevan Jovic werden daher die Ersatzstürmer. Und dort könnte man möglicherweise noch einen weiteren Stürmer suchen. Aber Friedi Bobic sagte auch im Doppelpass, dass Jesse Nankam ein sehr interessanter Spieler ist, der sich jetzt in das System reinspielen soll. Wir haben dahinter auch noch Derby Schernd. Und meiner Meinung nach sollte man, bevor man einen Stürmer verpflichtet, sich vielleicht erstmal in der Verteidigung oder im Mittelfeld nochmal erneut verstärken. Und kommen wir auch direkt zu den zwei weiteren Stammspielern gegen Eintracht Frankfurt. Und zwar Solchidera Ejocke, laut der Bild auch für Hertha BSC Stürmen. Denn Mijan Maolidar hat gegen Union alles das vermissen lassen, was man dachte, was man jetzt von ihnen bekommt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Wie gesagt, Ejocke, auch ein Spieler, der auch 38% des Spiels gegen Union absolviert hat. Und direkt Tempo gezeigt hat, direkt Power-Fußball nach vorne gespielt hat. Er war natürlich dementsprechend auch erstmal in Anpassungsschnöten. Aber er hat sich jetzt angepasst und er wird unser Ausschussspiel natürlich direkt verbessern. Da bin ich mir sicher und ich freue mich sehr auf ihn, um ihn mal gegen Frankfurt auch von Anfang an zu beobachten. Und auch Luka Tussar, der wie gesagt das erste Spiel gefehlt hat gegen Union Berlin, weil er eben dort mit einer roten Karte gesperrt hat, könnte gegen Eintracht Frankfurt in die Startelf rücken und vielleicht entweder die Kevin-Prinz-Boateng-Rolle übernehmen oder die Rolle von Ivan Sonich. Denn Luka Tussar, so behauptet die Bild, habe man gegen Union sehr vermisst. Seine Körperlichkeit, seine Robustheit und seine Zweikampfstärke im Mittelfeld hat gefehlt. So viel zu den News des heutigen Tages. Wie gesagt, heute geht es vor allem um die Startelfstellung gegen Union, um einen neuen Stürmer, den man möglicherweise verpflichten könnte. Und um Paul Keuter. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier heute gefallen. Heute Abend um 19.30 Uhr werde ich natürlich wieder live sein mit einem neuen Livestream, wo ich natürlich wieder über die Hertha, über die Bundesliga quatsche. Schaltet dort gerne ein. An dieser Stelle war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal in Zukunft zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise heute Abend. Wir sehen uns und tschüss.